Ja moin moin meine HSV-Freunde. Also im Pokal sieht das ja ganz gut aus oder sehr gut aus. Ich habe mich sehr gefreut. Wir haben ein sehr gutes losgekriegt mit Arminia Bielefeld. Das Ding ist erstmal machbar auf der einen. Und wir haben eine Fanfreundschaft mit Bielefeld. Also gibt das auch keine großen Idioten-Kram da in Bielefeld. Also ich freue mich auf das Pokalspiel auf der einen. Bis denn nie. Alles klar. Ich freue mich drauf. Pokal gegen Bielefeld. Ein besseres los ging gar nicht. Alles gut. Tschüssi. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Hau rein ins Tango. Tschüss. Und macht euch Dienstag. Tag der Deutschen Einheit. Hau euch richtig einen rein. Tschüssi. Tschüss. Schönen Abend noch.